Was geht was geht meine lieben Freunde und ich darf euch recht herzlich willkommen heißen, äh heißen, nicht heißen, heißen zu einem kleinen aber feinen Horrorgame, Unspoken, äh ich hab's gesehen bei Steam, ich dachte wir gucken einfach mal rein, ich bin auch dabei, hello und würde sagen wir gehen direkt rein, let's go, ich hab keine Ahnung was uns erwartet, this game is designed for single playthrough and doesn't contain sales, do you want to start a new game? Yes, ein single playthrough, ich, it is advisable to play in the dark with headphones on, blickering light warning, also wir sollen dunkel spielen, es ist hier halbwegs dunkel, bis auf ein paar Lichter, aber die werden uns nicht stören und für alle die an Epilepsie oder sonstiges leiden, sollten jetzt ein bisschen ausscheiden oder und darauf gefasst sein, dass es zu flackernden Lichtern kommen kann, ihr seid gewarnt, Gamma sollte okay sein, let's go. Start a new game, daredevil, ich habe jetzt schon Angst, oh Gott, ich hab keine Ahnung was passiert, ne? Oh shit, Polizei. Alter, ist das laut, mein Arme Ohren, holy Jesus Christ, na alle wach? der fucks ist police have resumed the investigation into the disappearance of 13 of 13 children Texas says they have received new leads shut the fuck up werden sie Mayflower School is being searched the management declined to comment ok 13 Kinder sind verschwunden detectives sagen sie haben eine neue Spur die anonym bleiben will Mayflowers Schule wurde durchsucht the management declined to comment und das Management möchte kein Kommentar geben wie komme ich hier wieder raus so gibt es auch einen Heli hier Alter leck mich am Sack weißt du das ich habe große Angst kann man hier Licht einschalten was ist das für eine Wand holy Jesus Christ da leuchtet irgendwas boah erstmal die Lichter hier anmachen Schlüssel what the fuck ii ok wir hatten eine harte Nacht erscheint hier kann ich nicht rein hier darf ich auch nicht rein die Küche äh darling Daniel we will be coming over today can you buy some meat and vegetables for dinner and don't forget to buy ice cream for Alice thank you also Daniel äh Daniel Daniel wir kommen heute vorbei kannst du äh Fleisch und äh wer ist das hier Gemüse mitbringen fürs Abendessen und vergiss keine vergiss die Eiscreme nicht für Alice danke hier kann ich ok Alter lass das sein mit den Gläsern hier das ist mir zu dunkel the fuck ist das am Ventilator spinn an das ist dasselbe nur in noch dunkler macht das Licht an Junge macht das Licht an ich treffe den Lichtleiter nicht warum warum sind die Buden von Amerikanern immer so gruselig what the fuck alter wir hätten da ein Fenster holy jeats da fragst du das ein Lichter da ah ok der Spiegel hei jei 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 gut warum hab ich her schlagen ok weirte Musik ich würde sagen diese Tür hier kann ich das hier gerade schieben ne what kommt die Musik her was sind das für Türen die wir hier haben Alter wiegen die alle ne Tonne ok ich kann hier nichts aufheben hier kann ich nicht rein kann auch kein Schlüssel benutzen äh ja genau wie der knarzt guck mal ah ein Videotape kann ich das hier nutzen kann ich das hier nutzen watch a videotape my flower school wait what um what the fuck kann ich das wieder ausmachen glaub nicht äh kann ich die Schlüssel hier benutzen kann doch nicht die Schlüssel angreifen angreifen würd ich schon sagen eh 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 hier what the fuck holy shit what was ist das jetzt hab ich ne knarre wohnung häh polisdepartement is informing about increasing number of home invasions to protect your property and family it is necessary to keep the firearms near you was ist ja ein Toad was ist ja ein Toad guck er wagt ja doch ja ist gut was hat der für Augen Hallo ich kann schießen Tochter wo ist der scheiß Licht, Alter ich will so viel Lichter anzumachen, aber ich treffe ihn nicht Hä? Aha Ruhe F**k ich habe keine Kugelmehr Ich habe keine Kugelmehr Ich habe keine Kugelmehr Um Ähm 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 Wo ist der verfickte Licht, Alter, ihr seht ihn nicht Ich habe ein großes Problem Ähm 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 Ich hatte keinen Mundi mehr Alter, warum saugt der mich zu Hause da Ähm 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 Warum lebe ich noch und er ist tot Ähm Ähm F** F** Ähm 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 F** F**k Wer bist du Ich bin Tobi, Sir Plaschi Tobi Ich bin Tobi Ähm Ähm Wir rufen um die Uhrzeit an Tobi Tobi hee 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 he Guck, guck. Alter, mach keinen Scheiß, Junge. Wo ist hier? Er beobachtet. Da liegt eine Taschlampe. Finde die Taschenlampe. Wen habe ich jetzt hier gefunden? Ich wollte gerade sagen, warum geht die Scheiße aus, aber... Digga, ich kann die ja schon nicht mehr. Folgen wir den Pfeil oder der komischen, beleuchteten Tür, wo der Pfeil herkam? Ich folge dem Pfeil. Dirt. Ach du Scheiße, das sieht alles sehr unfreundlich aus. Gereizt in der Pfeil, wie gesagt. Alle fahre... Ja, eine Tür mit Smiley. Bevor ich da reingehe. Oh. Ach, die Tür auf. Doch, keine Tür mit Smiley. Was? Please, go on. Der nackte Michi läuft hier rum. The fuck ist das? Ja, ja, ja. Wir haben uns alle lieb. Ist das wichtig? Ich screenshot's mir. Das habe ich auch gemacht. Alter, macht keinen Blödsinn hier. Lass das doch mal mit den Anrufen sein. Hey, 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 bitte. Bist du irre, Alter? Hau ab, du nackten Drecksack. Ich weiß nicht, woher alle Wege führen. Wir schließen diese Tür einfach wieder und tun so, als hätten wir das nie gesehen. Hey, hey, hey. Hey, ja. Der nackte Nacht. Ah, 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 ah. Was ist, wenn ich diese Tür einfach wieder schließe? Oh, hier hat er eine Pöge genommen, ey. Okay, das Monster ist beobachtet uns. Den Schlüssel habe ich schon mal. For outstanding service in the police service, the sheriff's department award the rank of lieutenant to officer Brian Carrington. Wish you success in your service and achievements in your new position. Für außergewöhnliche, äh, service in der Polizei, oder Bereitschaft, wie nennen wir das ja, für Leistungen. Für außergewöhnliche Polizeileistungen im polizeilichen Dienst, äh, verleiht das Sheriff's Department den Rang des Lieutenants an Officer Brian Carrington. Wir wünschen dir viel Erfolg und, äh, ja, viel Erfolg und, äh, in der neuen Position. Okay. Ja, genau, wie dunkel ist das denn jetzt hier? Piss der Flip off. Ja, ich komme zu dir, Luki, Luki, Mann. Komm ich nicht. Was ist das hier? Du, Drecksack. Er ist überall. Ja, fuck, wo kommt das hier denn von her? Hä, da klingelt er doch hier irgendwo. Hä, bin ich jetzt hier wieder an der anderen Tür? Okay, wir gehen hier lang. Muss ich hier durch? Na, sicher. Äh. Okay, wir machen die wieder zu. Machen die zu. Boah, man sieht gar nichts, ne? Ja, kleine Mädchen, die weinen und komische Geräusche hinter mir. Da muss ich mal an einen Ghost Movie denken. Das ist eine Witch, alter Bruder. Scheiße, wenn du die Tür öffnest, springt die hoch. Geht's nicht? Okay. Was haben wir hier unten? Gar nichts. Ja, dann heule da vor dich herum. Da kann ich nichts tun. Tut mir leid. Hä, was ist das denn für ein Geräusch? Ich weiß nicht mal, was das hier sein soll. Dann macht er, dann macht er Licht wieder an. Aber da steht, help, ne? Ah. Hier, bei der Tür muss ich das ein bisschen verwenden, ne? What? Was dare you? Hä? Rusty key. Ja, das ist ein Rusty. Tür aber. Oder ist die hier? Ah, das war das. Ich dachte, die wäre rustikal genug, die Tür aber. Ah, hier vielleicht. Oh, er nutzt den Schlüssel. What? Okay. Ah. Hier kann ich auch durch. Ja, super. Okay. Geh, feil wir gleich ein, Junge. Wait, da war gerade noch ein Feil. Hier ist ein Totenkopf. You are fucking shitting me. Police officer brutal getötet und ich glaube, der ist entweder geköpft oder zerhackt. Polizei ermittelt. Da haben wir das los, die Lichter an hier. Ja, das ist ein... Was? Hey, ja, ja. Do not enter. I... I enter. The fuck? Ich hab so Angst, dass ich die ganze Zeit hinter mir was kommt, ne? Mach keinen Scheiß, Junge. Ja, lass mich raten, der Rusty Key funktioniert hier. Natürlich. Hallo? 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 Hey, jetzt geht's ja auch weiter? Warte, hier ist der... Ja, hier ist der Schrank. Okay, verstehe. Hä? Hey, was bist du denn? Leck mich, armer Arsch, Alter. Hey, hey, hey. Bitte, was war das denn? Hallo? Magazine... Nein, Magazine heißt nichts Gutes. Magazine heißt, wir müssen mehr schießen. Das heißt, es kommt noch mehr Gegner. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, okay, okay. Ich muss kurz die Katze rauslassen. So. Alter, wir leben noch. Okay. Ähm, Bierflaschen. Ja, davon können die ganz eine Menge brauchen. Noch ein Schlüssel. Warum? Einfach wieder zu, du Arschloch. Du kannst mich mal. Na, ich glaube, ich muss da weiter, ne? Na, komm, ich mach mal hin. Na, komm. Wir stellen uns der Angst. Fuck, links, rechts. Ja. Hä? Ich hab'n Kind erschossen. What the fuck? Alter, er macht das Licht aus, wenn er nachlägt. Ist der absolute Irre? Kann ich die da rumschicken? Was ist denn ihr Problem gewesen? Kommt, der wird einfach auf mich zugerannt. Ah, das ist der Kopf, ne? Mayflower School, thanks Carrington Church for organizing a children's summer camp at church. Also, Mayflower Schule dankt Carrington Church zum organisieren des, äh, Sommercamps der Kinder. In der Kirche. Ach so. Ne Carrington Kirche. Ah, okay. Das heißt, die Schule dank der Kirche, dass sie das Sommercamp organisiert haben. Nette Kirche. Da heult wieder was in der Ecke. Bin bereit, es zu erschießen. Hey, 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 der nackte Michi. Hau ab. Ah, du Scheiße, hier fliegt alles in die Gegend. Was ist denn das? Ist er was drin? Ne. Was bringt mir dieser Raum nichts? Kein Strom, gar nichts. Nicht mal Lichtschalter. Ja, dann gehe ich links. Und hier ist ein Schlüssel dafür? Ach, schade. Schade. Bleibt da zurück, ey. Jetzt hier? Oh. Ja. Hey, was zum Teufel ist das denn? Was ist denn? War das? Buggy? What the fuck? Bin ich das? Ja, ihr habt doch den Arsch offen, Alter. Hau doch ab. Noch ein Video-Tape. Ich möchte kurz mein Video genießen. Ja, ich mach mal die Tür zu. Und ein Schlüssel. Wer ist da? Guten Tag. Okay. Bruder, wir brauchen deine Hilfe. Der motherfucker hat Lucy. Wird schon einer der Entführer, ne? Traum mich nichts. Cops. Er sieht, äh, abgeschlachtet aus. Ich glaube, der Cop lebt nicht mehr. Ist der Cop unser Vater oder Bruder? Was haben wir hier drin? Geheimnis oder so? Ne. What? Nugs. Wo war denn die andere Tür? War da noch irgendwo einer abgeschlossen oder nicht? Ah, da hinten reicht's, ne? Glaub ich. Die hier, genau. Kann ich das verbinden? Ne. Okay. Ah. Wo geht's lang? Danke. Im Wandschrank ist es nicht. Oh, okay. Der Wegweiser, ne? Die Wegweisern. Ich eile zur Rettung. Ich eile zur Rettung. Sie heult nicht mehr. Kann ja so schlimm nicht gewesen sein. Eins, zwei, drei, vier. Der erste Engel, der zweite Vampir, der dritte, nur noch Hörner und vier Tod. Äh, little Alice has still not be found after the horrific attack on the Connors family. Susan Connors, äh, Susan Connors and her husband were brutally murdered. Police say the attacker were let into the house from the inside. Let into the house from the inside, but have not yet revealed the identity of the suspects. Also die kleine Alice wurde immer noch nicht gefunden nach der Attacke auf die Connors family, äh, Familie. Oder nach der Horrorattacke auf die Connors Familie. Äh, Susan Connors und ihr Ehemann wurden brutal ermordet. Und die Polizei sagt, der Angreifer were let into the house from the inside. Hat sich selbst reingelassen, oder was? Ich, were let into the house from the inside, but have not. Oder war einer im Haus? War auf jeden Fall irgendwo im Haus wahrscheinlich schon, ne? Soll das, glaub ich, heißen. Wait, what? Achso, warte mal. Äh, eins. Engel, äh. Ich, ich weiß nicht, wer das sein soll. Lion. Elephant. Also, welcher Einfeuer hab ich hier gefunden? Ich glaub, der Elefant. Also, ich kann. Wenn ich den jetzt nehme und dann so mache. Ich glaub, der Elefant hier und. Warte mal. Totenkopf macht er wahrscheinlich hier, ne? Ohne Kopf. What? Hörner? Hörner? Würde ich jetzt mal sagen, Elefant. Die haben doch so. Was ist das? Ein Löwe war das, ne? Ah, das können auch die scharfen Zehnte sein. Ich glaub, dann ist das Ele, äh, Löwe. Ne, Elefant wahrscheinlich eher hier so, ne? Da fehlt uns aber eine Statue. Aber wo haben wir denn eine übersehen? Hier? Da muss ja irgendwo hier gewesen sein, oder nicht? Ah, jetzt muss ich nochmal alles absuchen. Hier hab ich das Mädchen erschossen. Das kleine Kind. It is what it is. War das hier? Ah, hier waren wir noch gar nicht. Aber hier ist der Engel. Ah, bitte, bitte. Jetzt hab ich überhaupt keine Orientierung mehr. Hier und dann. Alter, ist der Irre. Ah ja, genau. Hier und dann. Alter, was für ein Freak. Okay, jetzt hab ich einen Engel gefunden. Jetzt ist alles... Die ganze Planung ist im Arsch. Ich hab mehr Schiebe bekommen. Smart, geil. Hatte einfach nur Glück. Äh, das Glück ist mit den Doofen. Alter. Was ist das hier? Hallo? Ja, genau. Wer bist du denn? Bist der X. Du bist erschossen, Junge. Ach, scheiße. Okay. Nix von der Erschossen. Ich will zurück. Ich kann nicht drücken. Juhu, Stock für drei. Alter, mein Herz. Das ist das, Asi. Leck mich am Arsch. Ähm, was ist denn jetzt los? Oh nein, ich hasse schwarz-weiß. Go back in time. What? Oh, Licht. Ja. Äh. Der Lichtschalter? Nein. Der scheiß Telefon klingelt doch gleich, oder? Oh, das kleine Kind, das ich gerade erschossen hab. So, das ist schon an, das Licht. Hier ist eine Lampe. Wo ist hier der Lichtschalter? Wie assi ist das denn? Hallo? Ich mach nur schon mal überall Licht an. Ich bin ja so ein Verfechter davon, dass man überall Licht anhaben sollte. Gut. Das war's mit dem Licht. Ja. Er kommt aus dem Schrank gesprungen. Kann ich die Glotze anmachen? Nö. Okay, da kann ich auch nicht rein. Das Monster ist im Kühlschrank. Äh, lass das Licht los sein. Ich hab noch den Elefanten. Es ist der warrene Spiegel. Ich hab noch den Spiegel. Ich hab noch den Spiegel. Was ist der Trick an der Nummer hier? Den Herder machen und hier alles abbrennen. Ach, hier der Zeitungsartikel und der Schlüssel. Ah. Uh, quote inside Carrington Family Church. Adam Carrington, head of Carrington Family, is under investigation. Police says that some of the church residents might be involved in acts of burglary and child abuse that are related to occult rituals and practices. Parents are protesting against the church's involvement in school activities and are scared for the kids. However, family denies all claims the investigation will proceed. Also, ein Code in der Carrington Familie, in der Carrington Familienkirche, Adam Carrington, Kopf der Carrington Familie, ist in Untersuchungshaft quasi. Polizei sagt, äh, dass einige der Churches Mitglieder eventuell involviert sind in Kinder, äh, abused, Schändung oder, äh, ja, ist das, äh, nicht ausnutzen, sondern hier, äh, Missbrauch. Nee, äh, Burglige, Burglige kenn ich leider nicht das Wort. Sag mir gar nichts. Auf jeden Fall, Kindesmissbrauch und, äh, die, äh, Kindesmissbrauch oder, ja, die mit irgendwelchen okkulten Ritualen und Praktiken zu tun haben. Ähm, Eltern protestieren gegen die, äh, 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 äh Ne, warte mal, gegen den Wie heißt das? Involvement auf Deutsch, Mann. Gegen die Involvation von den Churches in Schulaktivitäten und haben Angst um deren Kinder. So. Wie auch immer, die Familie streitet alles ab. So. Investigationen laufen. Mein Gott. Ich tue mich da mal schwer mit Deutsch übersetzen. Ich weiß alles, in meinem Kopf weiß ich, wie es heißt, aber ich weiß nicht, wie ich das auf Deutsch übersetzen muss. Das ist immer schwierig für mich. Ich weiß nicht, warum. Ich habe mehr Probleme, von Englisch ins Deutsch zu übersetzen, als von Deutsch ins Englisch. Einfach weird. Aber lieber so als andersrum, ne? Ich weiß nicht, wie ist das? Ich weiß nicht, wie ist das? Warum ist die Tür hier zugegangen? Hey, what the fuck? Ich komme da nicht mehr rein. Ich gehe nicht mehr rein. HAH! What the fuck? HAH! Die Stadt ist immer noch in Schock Nach der Mass Abduction Was ist Abduction? Three people disappeared from their homes Within a week Daniel Adamson, Lucy Singer And Peter Wright Warte, ich guck mal kurz, was Abduction heißt Abduction Deutsch Einführung Okay, die Stadt ist immer noch in Schock Nach der Massenentführung von den Kindern Drei Äh, drei people Drei Leute sind verschwunden Aus deren Zuhause in einer Woche Daniel Adams, Lucy Singer und Peter Wright Drei Leute oder drei Kinder Das weiß ich jetzt nicht, da standen nur drei Leute Kann ich jetzt hier wieder rein? Jetzt geh ich auch einfach hier rein Wait, what? Und der neue Zyklus beginnt Und jetzt sind die drei Lichter Ihr könnt mich so am Popo schmatzen Teufel nur eins Ich mach hier alle Lichter an Ja, und die Glotze läuft Oh Enomi Patre et Spiritus Ah, warte Enomi Patre et Spiritus Sanctus Amen Gut Hätten wir das auch geklärt Lass mich einfach hier durchgehen Äh, ne Lass das Licht an Ich will da nicht rein Ja, ein Schlüssel Ist da die große Krabbe? Muss ich noch ein Videotape? Ne, ne Ne Okay Und Runde Nummer drei Ich sehe Ja Er sah Kam und ging Weißt du was jetzt diese Junge Die Tür ist so Jetzt siehst du nicht mehr Du kannst mich mal Mach das Licht hier wieder an Hör auf die Lichter hier auszuscheiden Ich hab einen Schritt gehört Mach doch bitte das Licht an Ah So eine Engelstatue Die wir gerade eben gefunden haben Warte in den Kühlschrank Was ist das für eine Bude, ey Nichts zu fressen hier Ah, hier bin ich richtig Im Schlafzimmer Jetzt geht's runter, Leute Und ein Videotape Ich freue mich Und wieder zumachen Die Bude hier Den Puff Zeig mal, was ist da drauf Watch all the tapes Movie buff Ah, Mayflower Yippee Alter, ist das laut whats estou Bleuer worries Lelelelelelelele Ah, ich hab ja jetzt eine neue Lösung bekommen. Stimmt. Juhu. The fuck bist du? Tobi! Was denn? Wo? Warum? 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 Weshalb? Tobi! Tobi! Alter, wieso geht der nicht kaputt? Das ist nur ein Schritt. And their innocent thoughts, their uncontummated mind and their trusting gaze should belong to me and I will lead them to the void. Und ihre unschuldigen Gedanken. Und ihr... What trusting gaze should belong to me. Ihre Unschuld, ihr... Ja, im Grunde ihre Unschuld zu mir gehören. Ihre Naivität, Unschuld, dass sie mir so einfach vertrauen. Das sind die Augen, oder? Ja. Haha, Junge! Nicht mit mir! AHHHHH! Tobi! Juhu! 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 Ja, und DNA Testresults are expected! The father of the Kerrington family has... ... an tou... ... Entourage and Brian Kerrington went on the run and were put on the federal partner list. The location of little Alice is also unknown. Also Brian, wir waren wohl Brian Carrington, der Polizeiliezenten. Waren wir der Charakter? Kann das sein? Ist der Hauptverdächtigte in dem komplizierten Fall des Kidnappens von Alice Connors und auch der Hauptverdächtige im Mord seines Partners im Dienst. Nach der Stürmung der Kirche der Carrington Family Lucy Carrington und Peter Carrington wurden verhaftet. After conducting examinations ich glaube nach Untersuchungen glaube ich quasi. Police stated that detainees may be children abwarten. Also nach ausführlichen Untersuchungen sag ich mal sagte die äh oder machte die Polizei das Statement dass die entführten Kinder in 1997 ach so dass sie was heißt detainees warte jetzt muss ich mal gucken ja ich hab's doch verstanden nach ausführlicher Untersuchung sagte die Polizei dass die Häftlinge also Lucy und äh wo ist er hier Peter auch eventuell die Entführer der Kinder aus 1997 waren deren Essresultate werden erwartet der Vater also der Vater der Carrington Familie der Vater und Brian sind auf der Flucht und sind auf der Polizei Wanted Liste ganz oben und die äh Little Alice wird immer noch vermisst das war's thanks for playing kein Problem alter das hatte gute Schreckmomente obwohl ich jetzt nicht ganz weiß sind wir jetzt quasi gestorben oder ich glaube wir sind quasi gestorben war das das gute Ende das schlechte Ende ich hab keine Ahnung gibt es mehrere Enden ähm naja ich hoffe ihr hattet ein klein bisschen Spaß ein paar Schreckmomente waren dabei für mich zumindest und ich hoffe es hat euch gefallen gönnt es euch aufs Team ist gar nicht so teuer 7 Euro glaube ich 8 Euro lohnt sich auf jeden Fall wenn ihr Horrorfreaks seid Horrorfreaks seid wir sehen uns im nächsten Projekt ich danke fürs Einschalten passt euch auf lasst euch nicht entführen wollt keinen Fremden vertraut niemanden außer euch selber und ja wir sehen uns hau da rein gute Nacht und tschüss und ja bis zum nächsten Mal